Wie prüfe ich ein FSC-Zertifikat? Sie möchten überprüfen, ob ein Unternehmen ein gültiges FSC-Zertifikat hat? Neben einer korrekten FSC-Aussage auf den Lieferdokumenten ist diese Prüfung nötig, um sicherzustellen, dass FSC-zertifizierte Ware geliefert wurde. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie dies mit Hilfe der öffentlich zugänglichen FSC-Datenbank herausfinden können. Warum muss ich ein Zertifikat überprüfen? Neben einer eindeutigen FSC-Aussage auf den Lieferdokumenten ist zu prüfen, ob der Lieferant über ein gültiges FSC-Zertifikat verfügt. Was prüfen Sie dabei? Den Status des Zertifikats? Ist es gültig, suspendiert oder gar beendet? Stimmen die Unternehmensdaten, Adresse, Produkttyp, Geltungsbereich mit den Angaben auf den Lieferdokumenten überein? Der FSC ist ein Produktketten-Zertifizierungssystem, in dem eine geschlossene Produktkette angestrebt wird. Somit ist es wichtig, den Status und Geltungsbereich der Lieferantenzertifikate zu kennen. Denn nur zertifizierte Unternehmen dürfen FSC-Aussagen auf Rechnungs- und Lieferdokumenten tätigen und die Produkte mit dem FSC-Label kennzeichnen. Um FSC-Zertifikate zu überprüfen, geht man im Internet auf die tagesaktuelle, öffentlich zugängliche und internationale Datenbank unter info.fsc.org. Oben rechts können wir die Anzeige auf Deutsch umstellen. Nun gibt es verschiedene Wege, nach einem Zertifikat zu suchen. Wir gehen diese einzeln durch. Man kann auf der Startseite die sechsstellige Lizenznummer eingeben. Die Lizenznummer findet man direkt auf dem On-Product-Label auf einem FSC-Produkt. Man wird direkt zu dem zugehörigen Zertifikat weitergeleitet. Dort sind Angaben zum Namen, zu der Adresse und zu dem jeweiligen FSC-Ansprechpartner gemacht. Außerdem kann man den Status des Zertifikats sehen. Weiter unten sind Angaben zum Produkttyp aufgeführt. Diese Angaben sind Teil des Geltungsbereichs eines Zertifikats. Nun hat man aber nicht immer den Lizenzcode zur Hand, sondern findet auf Rechnungs- und Lieferdokumenten einen Zertifikatscode. Das erste Kürzel steht hierbei für die Zertifizierungsstelle des Unternehmens. Das zweite Kürzel unterscheidet zwischen einem Forstbetrieb und einem Unternehmen in der Produktionskette. Man kann den Code in dem Suchfeld unter Zertifikat eingeben. Ein guter Weg ist auch, den Namen des Unternehmens direkt einzugeben. Hier arbeitet man am besten mit Sternchen als Platzhalter und gibt Teilstücke des Namens an. Nach der Eingabe erscheinen unten die Ergebnisse der Suchanfrage. Weitere Einstellung in der Datenbank ist die Länderauswahl in dem Suchfeld. Auf dem Pfeil kann man das jeweilige Land auswählen. Die Datenbank sucht automatisch nach gültigen Zertifikaten. Diese Einstellung kann man bei dem Status-Suchfeld ändern. Um nach Zertifikaten zu suchen, gibt es nun drei Wege. Über den Lizenzcode, den man direkt auf einem Produkt oder im FSC-Label findet. Über den Zertifikatscode, der auf Rechnungs- und Lieferdokumenten genutzt wird. Oder direkt über den Namen des Unternehmens. Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich gerne per E-Mail oder Telefon an uns. Vielen Dank!